Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Bündnis Pankoer Mieterprotest hat zweifellos einen großen Beitrag dafür geleistet, dass die Probleme für Mieterinnen und Mieter bei der Modernisierung von Altbauwohnungen in der ganzen Stadt bekannt sind, diskutiert werden und auch im politischen Raum niemand mehr daran vorbeikommt. Dafür gebührt den ehrenamtlichen Engagierten dieser und weiterer Mieterinitiativen Respekt und Anerkennung. Und es ist inzwischen klar, dass nicht nur Mieterinnen und Mieter von Privathäusern Modernisierungen fürchten müssen, weil diese zu Verdrängung führen können. Das ist bei städtischen Gesellschaften leider auch möglich und betrifft nicht nur geringen, sondern auch Normalverdienende. Im Mietenbündnis heißt es, Zitat, dass die Standards für derartige Maßnahmen so festzulegen sind, dass die sich aus ihnen ergebenden Mietumlagen die Mietzahlungsfähigkeit der Bezieher unterer und mittlerer Einkommen nicht überfordern und dass alle erforderlichen Maßnahmen sozialverträglich und möglichst mietenneutral umgesetzt werden müssen. Zitat Ende. Die Realität sieht aber anders aus. Nach Modernisierung sind Kaltmieten um 9 Euro keine Ausnahme. Und das ist nicht nur mit Menschen mit Kleinportemonnaie zu viel, für Menschen mit Kleinportemonnaie zu viel. Das überfordert ganz viele. Der Pankower Mieterprotest hat immerhin erreicht, dass die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gesobau mit dem Bezirksamt Pankow und dem Berliner Mieterverein eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen hat. Diese Vereinbarung erfüllt zwar nicht alle Erwartungen und in der Umsetzung gibt es Reibungen, aber sie geht über das stadtweite Mietenbündnis des Senates sogar noch hinaus. Für die vom Senat zugesagte Evaluierung des Mietenbündes sind die Pankower Erfahrungen von großem Nutzen. Ich bin gespannt, wann der Senat diese Evaluierung tatsächlich vornimmt. Im Fall des Wohnraumgesetzes dauert das schon viel zu lange und ausbaden müssen das die betroffenen Sozialmieterinnen und Sozialmieter. Vor allem für die Frage der angemessenen Wohnungsgröße ist die Pankower Vereinbarung wegweisend. Die Flächenvorgaben des Senats, insbesondere die Bedingungen, dass für eine Person nur je ein Raum anrechnungsfähig sind, erweisen sich nicht als realitätstauglich. In anderen zentralen Streitpunkten bei der Mietobergrenze bei sozialer Härte und beim zulässigen Aufschlag einer fiktiven Betriebskosteneinsparung auf die Netto-Kaltmiete gelang auch in Pankow kein Durchbruch. Noch nicht. In unserem Antrag vom April war das Anliegen, die Umsetzung der Rahmenvereinbarung und die dazugehörige Kommunikation konstruktiv zu unterstützen. Und das ist durchaus nicht nur eine Sache des Bezirks Pankow. Schließlich gehört die Gesubau dem Land Berlin und soziale Wohnungspolitik soll doch ein Top-Thema sein in dieser Stadt. Die Verständigung miteinander soll sich verbessern. Das jedenfalls hat die Geschäftsführung der Gesubau zugesagt. Ungeachtet dessen bleiben die Forderungen in dem Antrag aktuell und zutreffen. Und deshalb bitte ich auch darum, dass sie ihm zustimmen. Probleme in der Sache bestehen weiter. Und der Senat könnte hier die Weichen durchaus stellen. Aber was tut er stattdessen? Er erwartet von den städtischen Gesellschaften eine Eigenkapitalentnahme von 175 Millionen Euro. Er erhöht ihren Verschuldungsrahmen um 600 Millionen Euro. Das Geld für Zins und Tilgung muss ja irgendwie verdient werden. Da ist es kein Wunder, dass die Gesellschaften bei Modernisierungsvorhaben Mieterhöhungsmöglichkeiten weit ausschöpfen. Diesen Zusammenhang hat der Pankower Mieterprotest mit seiner Aufklärungsarbeit deutlich gemacht. Und auch dafür ist ihm zu danken. Vielen Dank. Vielen Dank.